Hallo, mein Name ist Vitor Macedo. Ich bin Projekt- und Cluster-Manager vom Virtual Dimension Center in Vellbach. Am VDC Vellbach, wir sind ein Kompetenznetzwerk für Virtual und Augmented Reality. Neben dem Projekt- und Cluster-Management bin ich bei uns auch für unser XA-Labor zuständig für die Technik und für die Hardware. Wie bereits erwähnt, wir sind ein Netzwerk, ein Kompetenznetzwerk und zwar ein wirtschaftlicher Verein, Non-Profit und beschäftigen uns mit den Themen XA, Virtual Reality, Augmented Reality und haben bei uns in unserem Netzwerk entsprechend Mitglieder, die in diesem Bereich tätig sind. Einige davon werden auch nachher noch ein paar Themen vorstellen. Wir als VDC wurden 2012 gegründet und die Kernaufgaben sind Fachinformationsbeschaffung, Technologietransfer, Außendarstellung, Projektentwicklung, hauptsächlich geförderte Projekte, Bund, Land und EU, aber eben auch Technologiebewertung und Technologieanalyse. Aktuell als Netzwerk circa sieben Mitarbeiter und eines der großen Themen Öffentlichkeitsarbeit, Technologietransfer, nicht nur für unsere Mitglieder, auch für die Region und um das Thema XA als Ganzes voranzubringen. Durch Veranstaltungen und unterschiedlichen Events versuchen wir natürlich den Unternehmen und dem Thema XA eine Plattform zu bieten, um die Technologien zeigen zu können, um sich vernetzen zu können in dieser doch noch recht jungen Branche. Zusätzlich dazu veröffentlichen wir regelmäßig Positionspapiere, White Papers, Berichte und Analysen rund um das Thema XA. Ich habe hier noch ein paar der letzten White Papers, die wir veröffentlicht haben, mal notiert, also Thema Kreativwirtschaft, Einsatz in der Luftfahrt, aber auch kollaborative XA und das Thema virtuelle Abnahmen. Hier ein kleiner Überblick über unser Netzwerk. Wir sind an sich ein klassischer Verein, eine klassische Vereinsstruktur, Mitglieder getragen und unser Vorstand wird von unseren Mitgliedern gewählt, setzt sich aus unseren Mitgliedern zusammen, die bestimmenden Geschäftsführer und dann unten nochmal kurz dargestellt unser Team. Hier habe ich eine kurze Übersicht über unsere Mitgliederstruktur. Letztendlich haben wir Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen, also wir haben einerseits die Technologieprovider, die Softwareentwickler, die Hardwareentwickler, die bei uns im Netzwerk tätig sind, sich bei uns im Netzwerk vernetzen. Es sind auch sicherlich einige bekannte Namen dabei und auf der anderen Seite natürlich dann die Endanwender, die diese Technologien einsetzen und die Kooperationen, Partnerschaften suchen und diese Technologien bei sich im Unternehmen dann einsetzen möchten. Ansonsten für das Thema Transfer haben wir natürlich bei uns auch viele Universitäten, Forschungseinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch einige Banken, die hier natürlich auch am Thema Start-ups sehr interessiert sind. Um mal kurz aufzuskizzieren, wie wir die Arbeit bei uns am VDC in unserem Netzwerk verstehen, habe ich mal rechts eine kleine Grafik dargestellt. Also einerseits versuchen wir natürlich über die Verbände und die Multiplikatoren, die wir im Netzwerk haben oder auch die in anderen Branchen tätig sind, die Themen natürlich nach links in unser Netzwerk hineinzutragen. Das heißt, wir werden hier Anwendungen, Dienstleistungen oder die Anforderungen da dazu entsprechend aufnehmen und bei uns im Netzwerk thematisieren. Und auf der anderen Seite tun wir dann auch Methoden, Technologien und Lösungen, die in unserem Netzwerk entstehen, natürlich auch rausgeben zu den Anwendern und zu den anderen Verbänden und zu den anderen Netzwerken, die dann als Multiplikatoren fungieren. Wir haben aber natürlich, wenn man sich die Unternehmensstruktur vorgesehen hat, in unserem Netzwerk auch einige Unternehmen, die sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle im Wettbewerb zueinander liegen. Das heißt, hier gibt es bei uns dann natürlich auch Kooperationen, Partnerschaften, meistens im vorwettbewerblichen Bereich. Wie ich vorher schon erwähnt habe, das VDC wurde im Jahr 2002 gegründet. Und somit haben wir auch schon ein paar Jahre hinter uns zum Thema XR. Seit 2016 hat das Thema XR natürlich nochmal einen kleinen Schub bekommen, als die Technologien dann auch in Richtung Konsumentenbereich verfügbar wurden. Aber auch davor waren die Themen natürlich schon beiden Anwendern und beiden Technologie-Providern präsent. Und man sieht es hier, wir sind schon seit einer Weile tätig und haben auch an der einen oder anderen Stelle uns auch die eine oder andere Auszeichnung dann auch verdienen können. Dann zu unseren Aktivitäten. Ich habe bereits die Veranstaltungen angesprochen, die hier natürlich genutzt werden fürs Networking, damit man hier auch entsprechende Kooperationen und Partnerschaften finden kann. Eine dieser größten Veranstaltungen, sieht man hier auch links unten, ist die XR Expo, die in Stuttgart im Haus der Wirtschaft stattfindet, stattgefunden hat. Wir als VDC sind der Organisator der XR Expo und freuen uns auch, dass wir diese Veranstaltung im B2B-Bereich als eine der größten hier in Deutschland auch entsprechend hier in unserer Region in Stuttgart etablieren konnten. Ansonsten haben wir natürlich viele kleinere Veranstaltungen, bei denen wir unterschiedliche Themen aufgreifen, die entweder von unseren Mitgliedern an uns herangetragen wurden oder wo wir Trends sehen und versuchen hier dann diese Themen auch entsprechend abzubilden oder gar in Arbeitsgruppen, in Arbeitskreisen zu erarbeiten. Hier haben wir bei uns einige im Haus XR Technologiewerkstatt, wo wir regelmäßig die neuesten Technologien bewerten, uns dazu austauschen, auch zum Einsatz in den Unternehmen. Stehen geblieben war ich bei den Arbeitskreisen, die wir bei uns im Netzwerk haben. Die XR Technologiewerkstatt hatte ich angesprochen, dann haben wir aber auch noch eine zum Thema XR Qualifizierung und Lehre. Unter anderem ist hier raus, beziehungsweise wir haben auch am Rahmenstoffplan für den Ausbildungsberuf Gestalter immersiver Medien mitgearbeitet als VDC und solche Dinge, solche Initiativen sind dann auch hier bei uns in den Arbeitskreisen entstanden. Dann Veröffentlichungen, wir haben unterschiedliche Veröffentlichungen, zum Beispiel haben wir bei uns am VDC in unserem Labor, das ich vorhin mal kurz erwähnt habe, auch Mess- und Prüfmethoden für Virtual Reality und Augmented Reality Headsets entwickelt, denn letztendlich ist es so, dass bei vielen dieser Eigenschaften diese doch sehr personenbezogen sind und es eigentlich keine Testmethoden gibt, wo die Ergebnisse frei zugänglich sind. Und hier haben wir uns was überlegt, haben Software geschrieben, haben Hardware entwickelt, damit wir hier standardisierte Prüfmethoden haben, haben diese dann auch entsprechend durchgeführt und in unterschiedlichen Berichten veröffentlicht zur Bildqualität, Farbtreue, Field of View, Komfort, Gewicht und all diese Berichte sind dann bei uns auch öffentlich, frei zugänglich auf unserer Webseite veröffentlicht. So, dann, ich habe bereits unser Messlabor erwähnt und unser Democenter hier in unseren Räumlichkeiten am VDC. Das heißt, hier haben wir nicht nur das Messequipment und können die Hardware testen, sondern wir sind dadurch auch in der Lage, Unternehmen auch zu beraten, eine Erstberatung durchzuführen, wenn sie zu uns kommen und noch nicht genau wissen, was sie im Bereich XA wollen bzw. was sie für ihre Ideen, um ihre Ideen umzusetzen, benötigen. Da gibt es dann die Möglichkeit, bei uns am VDC nicht nur die Hardware auszuprobieren, sondern eben auch Software unserer Mitglieder auszuprobieren, um hier entsprechend kleine Hilfestellungen zu geben zum Thema XA und der Anwendung im eigenen Unternehmen. Die Einstiegsberatung hatte ich gerade schon angesprochen. Zusätzlich dazu ist natürlich Gremienarbeit, Lobbyarbeit entsprechend sehr wichtig. Wir sind in unterschiedlichen Gremien drin. Wir sind auch in unterschiedlichen Normierungsinitiativen vertreten, wo wir natürlich auch versuchen, die Themen von XA zu platzieren, wo wir der Meinung sind, dass die wichtig sind oder wo wir über unsere Mitglieder und über die Unternehmen in der Region entsprechend wissen, dass hier Handlungsbedarf besteht. Projektentwicklung hatte ich vorher angesprochen. Hier sind es hauptsächlich geförderte Projekte EU, Bund und Land rund um das Thema neue Technologien und XA. Ansonsten natürlich die Außendarstellung, das größte Event, ich habe es bereits erwähnt, die XA Expo. Im kommenden Jahr 2025 wird das Ganze zusammen mit dem Metaverse-Kongress vom Ministerium abgehalten werden. Da wird es von uns auch demnächst aber noch weitere Informationen dazu geben. Hier nur eine kurze Übersicht über die unterschiedlichen Netzwerke, Verbände und Normierungsinitiativen, denen wir vertreten sind und wo wir hier natürlich versuchen, durch unsere Teilnehmer das Thema XA entsprechend zu platzieren. Dann möchte ich Ihnen noch eine kurze Übersicht über weitere Events und Veranstaltungen geben. Ich habe es vorher schon mal auf einer Folie erwähnt, dass wir über das Jahr verteilt nicht nur die große XA Expo durchführen, sondern auch viele kleinere Events, themenspezifische Events haben. Die können Sie auch alle bei uns auf der Webseite einsehen. Die Events sind alle kostenlos, Teilnahme ist kostenlos. Um hier nur ein paar zu nennen, das wäre als nächstes die Instandmesse Motec und die Vision und dann viele kleinere Lab-Visits, wo wir entsprechend draußen sind bei den Endanwendern und dort die Möglichkeit haben, das eine oder andere zu sehen, sodass man da auch als Externer mal reinkommt und mal sieht, wie werden die XA-Technologien bei den Unternehmen tatsächlich in der Praxis eingesetzt.